Gefährliche Entzündung Bildet sich auf der Haut eine eitrige Pustel, ist es vielleicht nicht nur ein entzündeter Pickel, sondern es handelt sich um ein Furunkeln. Das plötzlich auftretende, weiche und entzündete Knöpchen tritt um eine Haarwurzel auf und sitzt tief unter der Haut. Nicht nur mangelnde Hygiene, sondern auch ein geschwächtes Immunsystem können die Ursachen für ein Furunkel sein. Furunkel entstehen meist durch eine bakterielle Infektion. Auf der Haut befinden sich unzählige Keime. Wird sie verletzt, dringen die Erreger in die Haut ein. Meist reicht bereits ein Schnitt beim Rasieren und die Bakterien gelangen unter die Oberfläche und vermehren sich. Normalerweise werden solche Keime vom Immunsystem bekämpft. Ist es geschwächt, kann es jedoch zu einer Entzündung kommen. Bei der Entstehung eines Furunkels entzündet sich auch das umliegende Gewebe und Eiter sammelt sich an. Die Folge, es bildet sich eine rote, schmerzhafte und erwärmte Schwellung, ein sogenannter Eiterpfropf. Zunächst entsteht nur ein Knötchen, das sich dann zu einer Pustel entwickelt. Die Pustel wird immer größer bis sie platzt, und es zum Eiterabfluss kommt. Bilden sich mehrere Furunkel können diese zu einem sogenannten Karbunkel verschmelzen. Dieser kann den darunter liegenden Muskel und das Fettgewebe entzünden, so dass es im schlimmsten Fall zu einer Blutvergiftung kommen kann, wenn sich der Eiter nach innen entleert. Daher sollten Betroffene auch nie versuchen, das Furunkel aufzukratzen oder daran herumzudrücken. Furunkel treten um eine Haarwurzel herum auf und bilden sich meist im Gesicht, im Nacken aber auch an der Schenkelbeuge. Bei Männern im Bartbereich sowie an stark behaarten Gesäßen, bei Frauen hingegen in den Achseln und in der Bikini-Zone. Auch Sportler, die oft schwitzen, sind betroffen. Häufig wird ein Furunkel mit einem stark entzündeten Pickel verwechselt. Ein gewachsenes Haar, eine eitrig entzündete Haarwurzel ist ein Furunkeln. Quelle, Bich-Reihen-Getty-Images Ist das komplette Haarfollikel entzündet, handelt es sich um ein Furunkeln. Eine oberflächliche, punktuelle Infektion hingegen ist ein Pickel, beide Erkrankungen verlaufen eitrig. Furunkel bilden bei der Abteilung häufig Narben, während Pickel meist narbenfrei abklingen. Beide Arten von Infektionen werden unter anderem von Staphylococcus-Bakterien ausgelöst. Auch bei Pickeln gilt, nicht selber ausdrücken, da die Entzündung so verschlimmert werden kann. Da Furunkel Schmerzen verursachen, ist es zunächst sinnvoll, die Entzündung einzudämmen und die Eiterentleerung des Furunkels zu fördern, damit der Druck vom Gewebe genommen wird. Zudem sollte eine kurzzeitige Behandlung mit Salben erfolgen, zum Beispiel mit Zugsalbe. Diese hat verschiedene Wirkstoffanteile, wie Lärchen-Terpentin und geräunigtes Terpentinöl. Die Wirkstoffe der Salbe fördern den Abfluss von Eiter, zusätzlich wirken sie desinfizierend und helfen gegen die Entzündung. Ist das Furunkel größer, kann es auch von einem Arzt mit einem Skalpell geöffnet oder mit Antibiotika behandelt werden. Eine tägliche Spülung, mit einem desinfizierenden Mittel, verhindert zudem eine neue Ansammlung von Bakterien. Wichtiger Hinweis, die Informationen ersetzen auf keinen Fall eine professionelle Beratung oder Behandlung durch ausgebildete und anerkannte Ärzte. Die Inhalte von t-online.de können und dürfen nicht verwendet werden, um eigenständig Diagnosen zu stellen oder Behandlungen anzufangen. Liebe Leserinnen und Leser, Leider können wir Ihnen nicht zu allen Artikeln einen Kommentarbereich zur Verfügung stellen. Mehr dazu erfahren Sie in der Stellungnahme der Chefredaktion. Eine Übersicht der aktuellen Leserdebatten finden Sie hier. Gerne können Sie auch auf Facebook und Twitter zu unseren Artikeln diskutieren. Ihr Community Team E.I.J.R.